Meine Hypothese ist, dass ein Ausstieg aus russischem Öl und Gas durchaus kurzfristig möglich ist, da Marktwirtschaften darauf ausgelegt sind, mit knappen Gütern umzugehen und dann Lösungen zu entwickeln, wie man mit dieser Knappheit umgehen kann. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Hypothese, dem Podcast-Format der Uni Bonn, bei dem Forschende zu aktuellen Themen Stellung beziehen und Rede und Antwort stehen. Mein Name ist Dennis Nasser und ich begrüße unseren heutigen Gast, Prof. Dr. Moritz Kuhl. Schön, dass Sie da sind. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ein Ausstieg aus dem russischen Öl und Gas ist kurzfristig möglich, da eine Marktwirtschaft darauf ausgelegt ist, mit Knappheit umzugehen und Lösungen zu entwickeln, sagt Prof. Dr. Moritz Kuhl. Der Wirtschaftswissenschaftler forscht am Institut für Makroökonomik und Ökonometrie sowie im Exzellenzcluster eContribute und beschäftigt sich mit der Makroökonomik von Ungleichheit, Arbeitsmarkt und Humankapital. Ich glaube, wir müssen erstmal ganz basal anfangen. Deswegen ordnen Sie doch bitte einmal ganz am Anfang ein, warum ist Russland überhaupt so wichtig für uns? Über die letzten, man muss schon sagen Jahrzehnte, hat die Bundesrepublik beziehungsweise eben auch die Unternehmen in der Bundesrepublik mit Unterstützung natürlich der Regierung auch die Versorgung mit Energieträgern, Öl, Gas, Kohle, viel dieser Energieträger kamen über die letzten Jahrzehnte oder kamen immer verstärkter aus Russland. Das war schon während dem Kalten Krieg so und das hatte sich entwickelt und man hatte sich darauf eingestellt, dass man aus Russland viel ausreichend und preiswerte Energieträger bekommen kann. Und das ist dann eben am Schluss, sagen wir mal Herbst 2021, in einer Situation geendet, wo über die Hälfte des russischen Gases, ein Drittel des Öls und auch bei der Kohle ein sehr großer Anteil aus Russland kam. Das heißt eben auch, dass Deutschland von der Energie, die hier verbraucht wurde, von Haushalten, in der Industrie, davon abhängig war, dass diese Energieträger weiterhin aus Russland geliefert. Nun ist besonders Gas ein Faktor. Können Sie da noch einmal vielleicht uns da erklären? Wir bekommen Kohle aus Russland, wir bekommen Öl aus Russland. Warum ist gerade Gas ein besonderer Faktor? Bei Gas sind es zwei Faktoren. Erstens, der Anteil von Gas aus Russland war sehr groß. Über die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Gases kam aus Russland. Aber, und das macht Gas dann eben nochmal ein bisschen besonderer relativ zu Öl und Kohle, es kam über Pipelines. Das heißt, es musste durch letztendlich gebundene Infrastruktur erst aus Russland hierher gebracht werden. Bei Öl kann ich sagen, okay, wenn das Öl jetzt nicht mehr aus Russland kommt, dann kommt es vielleicht aus Katar, aus Saudi-Arabien oder irgendwo vom Golf oder aus Norwegen und ich lande es einfach mit Schiffen an. Und was Deutschland über die letzten Jahre nicht gemacht hat, und das ist dann nochmal eine Spezialsituation in Deutschland, ist sich sogenannte Flüssiggasterminals gebaut. Die hätten einem die Möglichkeit gegeben, mehr Flexibilität zu haben. Nämlich, dass ich auch dann mit Schiffen Gas anlanden kann. Und diese Möglichkeit hatten wir, haben wir, hatten wir nicht. Jetzt investiert man ja sehr aktiv da rein. Aber das hat eben dazu geführt, dass das einzige Gas, was nach Deutschland kommen konnte, über Pipelines gekommen ist. Und Pipelines kann ich eben nicht einfach schnell ersetzen und sagen, jetzt möchte ich mein Gas von woanders hinbekommen. In Ihrer Hypothese sagen Sie, dass ein kurzfristiger Ausstieg möglich sei. Wir befinden uns jetzt kurz vorm sechsten Sanktionspaket. Also vielleicht sieht die Welt halt eh schon anders aus, wenn dieser Podcast jetzt hier ausgestrahlt wird. Aber es ändert ja nichts daran, dass diese Fragestellung bleibt, was heißt das denn in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen für uns? Was heißt kurzfristig? Was heißt, wir können das kurzfristig auffangen? Ich denke, da lohnt es sich, sagen wir mal, ich würde jetzt fast sagen, in die Geschichte zu gucken, aber wirklich in die sehr, sehr junge Geschichte der letzten Wochen und Monate. Und ich denke, das war ja auch das, was wir jetzt in der Kommunikation der Bundesregierung gehört haben, gerade mit Hinsicht auf Öl. Und das scheint ja derzeit der Energieträger zu sein, wo es am ehesten zu weiteren Sanktionen kommen wird, dass die Abhängigkeit von russischem Öl eben sehr stark reduziert werden konnte. Und ich denke, das zeigt uns, von da, wo wir gestartet sind, ein Drittel auf jetzt ein bisschen über 10 Prozent, wie kurzfristig sowas möglich ist. Und das waren jetzt wenige Wochen. Beim Gas hätten wir noch den ganzen Sommer. Also jetzt im Sommer verbrauchen die Haushalte und auch die Industrie typischerweise nicht so viel Gas, um Büroräume zu heizen, um Wohnräume zu heizen. Das heißt, im Sommer ist die Situation insoweit entspannt, dass wir viel weniger heizen müssen. Und das hätte dann eben die Möglichkeit gegeben, Anpassungen vorzunehmen. Der Statistische Bundesamt hat gestern zum Beispiel auch berichtet, dass durchaus die Haushalte schon darauf, ich bin jetzt mal vorsichtig, reagiert zu haben scheinen, dass nämlich der Benzinverbrauch schon stark zurückgegangen ist. Also wir haben schon gesehen, Benzinpreise gehen nach oben, die Leute tanken wenig. Das sollte einen wahrscheinlich nicht so sehr überraschen. Wenn was teurer wird, verbrauche ich weniger davon. Aber genau das ist, was wir eben auch in unserer Arbeit die ganze Zeit betont haben. Und hier spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Also kurzfristig hängt davon ab, wie stark ich mich auch anstrenge. Also wie hoch sind vielleicht auch die Kosten, wie hoch sind meine Anstrengungen, um irgendwas kurzfristig zu schaffen. Wir kennen das alle, wenn wir irgendwie was erledigen müssen, wenn wir uns mehr anstrengen und was dringend ist, dann kriegen wir es auch schneller hin. Wir können uns aber ein bisschen mehr Zeit lassen, das ist ein bisschen angenehmer, aber es dauert eben auch ein bisschen länger. Und letztendlich ist es hier in der Situation wieder genauso. Sie haben jetzt schon einen Faktor, der, ich sage jetzt mal Kompensation, angesprochen, nämlich einfach sparen. Dadurch kann ich schon mal was sparen. Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst jetzt noch, die uns übrig bleiben, um mit der Energie, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, Krise umzugehen? Also es gibt natürlich in einigen Bereichen einfach die Möglichkeit, dass ich umstelle, dass ich meinen Strom zum Beispiel nicht mehr durch das Verbrennen von Gas erzeuge, sondern zum Beispiel durch das Verbrennen von Braunkohle oder dass ich Atomkraft nutze. Also ich kann einmal einfach zwischen verschiedenen Energieträgern substituieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ich in der Wertschöpfungskette einzelne Schritte einfach nicht mehr hier vor Ort mache. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Anuminium zu erzeugen oder Glasprodukte herzustellen, die alle sehr energieintensiv sind, dann könnte ich ja auch sagen, okay, es gibt andere Länder, in denen ist die Energie vielleicht nicht so knapp, zum Beispiel weil sie eben diese Flüssiggasterminals haben und damit weiterhin bei der Gasversorgung gut versorgt sind. Die stellen jetzt bestimmte Vorprodukte her, die werden dann nicht mehr in Deutschland erzeugt und trotzdem können die anderen Unternehmen in der Wertschöpfungskette, die eben diese Zwischenprodukte nutzen, sei es jetzt Glasprodukte, sei es Stahl, können weiterhin produzieren, ohne dass es eben zu so Kettenreaktionen kommt, wo dann ganze Wertschöpfungsketten ausfallen, sondern ich kann eben auch zwischendrin immer wieder einzelne Schritte ersetzen. Jetzt gibt es Stimmen, die behaupten, die sagen, wenn wir das machen, gefährden wir, also wenn wir eine Embargo durchziehen, gefährden wir Arbeitsplätze. Dort wird von Zahlen zwischen zehn und mehreren zigtausend Arbeitsplätzen, die gefährdet sein sollen, gesprochen. Ist das realistisch? Sehen Sie diese Befürchtung auch? Wenn es einen Ausfall von Öl, von Gas in großem Umfang gibt, wie zum Beispiel bei einem Embargo, dass dann unter Umständen einzelne Wirtschaftszweige für eine gewisse Dauer nicht mehr produzieren können, damit muss man rechnen. Also dass vielleicht die chemische Industrie im Frühjahr, Ende des Winters 2023, also Februar, März vielleicht 2023, dass auf einmal kein Gas mehr in den Gasspeichern ist und jetzt bestimmte Bereiche der chemischen Industrie ein paar Wochen lang nicht produzieren können, damit ist zu rechnen. Heißt das, dass die Arbeitsplätze verloren gehen? Das Argument der Deutschen in der Politik ist oft, wir können Kurzarbeitergeld nutzen und damit eben über so einen bestimmten Zeitraum diese Arbeitsplätze, ich sage jetzt mal, erhalten. Also das heißt, auch hier könnten wir, und genau das Gleiche haben wir jetzt ja letztendlich auch in großem Umfang während der Corona-Krise gemacht, dass wir gesagt haben, bestimmte Bereiche können aktuell nicht arbeiten, die Leute gehen in Kurzarbeit und diese Arbeitsplätze bleiben erhalten. Jetzt kann man eine lange Diskussion darüber führen, aber ich denke, das ist ein anderes Thema. Was bedeutet es denn, dass diese Arbeitsplätze erhalten werden? Oder würden die Leute nicht vielleicht sowieso woanders liegen? Wir wissen auch in Deutschland, ich denke, das kommt ein bisschen zu kurz in der Diskussion, auch das verarbeitende Gewerbe, in dem die chemische Industrie, die Stahlindustrie und so weiter drin sind, befindet sich seit Jahrzehnten, befinden wir uns im strukturellen Wandel, wo eben immer weniger Leute in diesen Bereichen arbeiten. Und es deutet derzeit wenig darauf hin, wenn wir uns, sagen wir mal, die letzten 10, 20, 30 Jahre der Daten anschauen, dass dieser Trend aufhört. Also diese Idee von wegen, wir bringen jetzt ganz viele Industriejobs zurück oder diese Industriejobs bleiben auf dem aktuellen Niveau erhalten, gibt es eigentlich keinen Grund, daran zu glauben. Also insoweit muss man sich fragen, ob vielleicht so eine aktuelle Krise vielleicht einfach zu einer Beschleunigung solcher Entwicklungen führt, dass eben bestimmte Leute gar nicht mehr anfangen, in der chemischen Industrie zu arbeiten, sondern sich vielleicht gleich einen Job in der Informatik oder sonst irgendwo suchen und eben nicht mehr im verarbeitenden Gewerbe. Wir haben ja einen Energiemix. Wie ist es da um uns bestellt? Noch laufen ja beispielsweise Kernkraftwerke, es gibt noch Kohle. Und wie steht es eigentlich um die erneuerbaren Energien? Wäre es jetzt nicht vielleicht auch klug, genau darauf zu setzen und jetzt vermehrt in erneuerbaren Energien zu setzen? Sie sind da, glaube ich, ein bisschen skeptisch? Sagen wir mal, ich bin ja nicht von Natur aus skeptisch. Zum gewissen Grad, muss man sagen, ist das ja auch immer eine politische Entscheidung. Wir können nach Frankreich gucken. Frankreich setzt sehr stark auf Atomkraft, die deutsche Regierung nicht. Also ich denke, insoweit gibt es erstmal kein richtig oder falsch. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir nicht mehr so viele fossile Brennstoffe verbrennen können aufgrund des Klimawandels. Ich denke, auch da sind sich alle Regierungen einig. Der Weg dorthin ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, wie jetzt, sagen wir mal, die französische Regierung vielleicht dahin kommen will, wie die deutsche Regierung dahin kommen will. Aber dass wir uns langfristig auf diesen Weg begeben wollen, ich denke, da besteht überhaupt kein Zweifel. Und jetzt gibt wahrscheinlich auch die aktuelle Situation wieder Anlass darüber, sich Gedanken zu machen, ob das nicht vielleicht ein bisschen schneller geht. Also auch da sind wir wieder bei der Diskussion, können wir vielleicht bestimmte Prozesse beschleunigen? Können wir vielleicht auch, wenn es darum geht, bestimmte Genehmigungsprozesse zu beschleunigen? Können wir da vielleicht nochmal Dinge überdenken und uns fragen, muss denn jedes Blatt Papier, was wir hier ausfüllen, wirklich sein? Oder können wir vielleicht ein Windrad ein bisschen schneller aufstellen, um eben diesen Übergang doch ein paar Jahre schneller hinzubekommen? Nun gucken wir mal auf uns. Wir alle sind jetzt auch gefordert. Sonst geht es halt an unsere Taschen, an unser Geld. Wie viel Einsparpotenzial wird da von uns abverlangt? Also weil ich sehe halt in meinem Umfeld, viele Leute haben gar kein Auto mehr. Viele Leute versuchen schon sehr energiebewusst zu leben, sage ich jetzt mal. Was wird da von uns abverlangt? Was kommt da auf uns zu? Ich denke, und damit kommen wir auch zurück zu meiner Anfangshypothese. Ich denke, das Schöne daran, auch in so einer freien Marktwirtschaft zu wohnen oder zu leben, ist, wir können das alle für uns selber entscheiden. Jeder kann für sich entscheiden, okay, Baden ist jetzt so viel teurer geworden, relativ zum Duschen muss ich denn genauso oft baden wie davor oder dusche ich vielleicht einmal öfter oder fahre ich denn jetzt am Wochenende zum Klettern in die Eifel oder gehe ich vielleicht dann doch lieber hier unten auch rein spazieren. Wir haben ganz viele kleine Möglichkeiten, wo wir Anpassungen vornehmen können. Mancher sagt vielleicht, für mich ist es wichtiger, noch zweimal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Dafür fahre ich aber die ganze Zeit mit dem Fahrrad. Da sollte man niemandem irgendwie Vorschrift machen und sagen, das ist das, was du machen musst. Hier ist deine Grenze, wie viel du einsparen musst, sondern jeder kann für sich selber entscheiden und sagen, okay, ich gebe halt in Zukunft ein bisschen mehr für Energie aus und dafür gebe ich in anderen Bereichen ein bisschen weniger aus. Aber das, und deshalb ist es an der Stelle auch so wichtig, dass wir, sagen wir mal, die Marktwirtschaft arbeiten lassen und dass wir alle eben sehen, okay, wie viel kostet Energie und ich bin mir, durch den Preis werde ich mir bewusst, wie knapp dieses Gut ist und dann entscheide ich für mich selbst, wie viel ich davon konsumieren möchte. Manche haben es da vielleicht einfach, die müssen jetzt nicht auf jeden Euro gucken und können diese Entscheidung einfach treffen. Aber es gibt ja auch Leute da draußen und das sind wahrscheinlich auch die Leute, die die Pandemie jetzt schon sehr, sehr hart getroffen hat. Was heißt es für die, wenn jetzt auf einmal der Sprit teurer wird, aber gleichzeitig verlangt wird, du musst mobil sein, um zum Arbeitsplatz zu kommen? Das ist eine Sache, die wichtig ist, dass man eben sich Gedanken darüber macht, ob es unter Umständen zu sozialen Verwerfungen kommt beziehungsweise soziale Verwerfungen ist vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt, aber wie steigende Energiekosten sich entlang der Einkommensverteilung verteilen? Und manche Dinge, und da sind wir auch wieder bei der Frage, wie einfach kann ich Sachen ersetzen? Ich kann eben typischerweise nicht, wenn ich mir jetzt gerade letztes Jahr, habe ich mir ein neues Auto gekauft, das ist ein Verbrennerauto, jetzt habe ich erkannt, das war vielleicht keine so gute Idee, aber ich kann jetzt nicht einfach das Auto nehmen und sagen, hole ich mir halt ein neues und fahre jetzt mit dem Elektroauto zu arbeiten. Wir können natürlich sagen, wir schaffen jetzt alle Verbrennungsautos ab und vor einen Eindruck mit Elektroautos, die Kosten davon werden aber enorm. Das heißt, auch da müssen wir uns eben Gedanken darüber machen, dass bestimmte Investitionen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass die jetzt noch eine Weile nachlaufen, weil es eben sehr große Investitionen teilweise waren für den Haushalt, zum Beispiel ein Auto, und dann, wenn diese Haushalte weiterhin mit dem Auto zur Arbeit fahren, ich sage jetzt mal müssen. Typischerweise ist das ja einfach immer nur, ich käme zwar auch anders zur Arbeit, aber ich verstehe, dass gerade in ländlichen Regionen es unter Umständen sehr, sehr schwierig ist, mit dem Bus zu fahren. Also wir tendieren oft dazu und die Politik auch zu sagen, ich muss oder es geht nicht, aber eigentlich ist die richtige Aussage, es ist mir zu anstrengend oder es ist mir zu teuer. Auch hier gibt es die entsprechenden Anpassungsmöglichkeiten. Wir müssen uns dann eben nur darüber Gedanken machen, ob wir in bestimmten Bereichen, denken wir jetzt mal an Hartz-IV-Empfänger, ich denke, da ist es am klarsten, dass die vielleicht sehr, sehr wenig Möglichkeiten haben, hier noch anzupassen. Und da müsste eben der Staat dann gegebenenfalls solche Verschiebungen oder Änderungen in den Preisen auffangen. Aber auch hier an der Stelle ist es wieder wichtig, dass wir es nicht dadurch machen, dass wir die Preise ändern, sondern lieber den Leuten zusätzliches Geld geben. Und dann sind wir wieder beim Punkt davor, dann kann jeder für sich entscheiden. Mache ich die Wohnung gerade kälter oder lasse ich die Wohnung gleich warm und gebe das Geld dafür aus. Ich denke, wenn wir diese Flexibilität zulassen, dann kommen wir wahrscheinlich zu den besten Lösungen. Sie haben es eingangs schon gesagt, dass jetzt schon eine Teuerung stattgefunden hat und die Leute jetzt schon Einsparpotenziale nutzen, eben weil einfach Strom beispielsweise oder Energie allgemein ein bisschen teurer geworden ist in den letzten Monaten bereits vor dem Krieg. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt Insolvenzen auf dem Markt. Und jetzt haben Sie vor ein paar Wochen ein Paper veröffentlicht und schreiben darin, dass je nach Modell, was man zur Berechnung anlegt, zwischen 80 und 1000 Euro pro Bürger oder Bürgerin pro Jahr an Mehrkosten zu erwarten sein könnten. Können Sie mir einmal erklären, wie diese Zahlen zustande kommen und warum da so eine große Spannbreite zwischen ist? Also es hängt letztendlich immer davon ab, welche Annahmen mache ich darüber, wie gut Haushalte Energie einsparen können oder Energie ersetzen können. Also es ist genau diese Frage wieder mit dem Auto. Wie einfach kann ich denn jetzt vielleicht vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen? Und das ist natürlich eine Frage, die jetzt nicht irgendwie ganz neu ist und mit der hat man sich schon die ganze Zeit sich darüber Gedanken gemacht. Wie reagieren denn Haushalte? Wie reagiert die Industrie darauf, wenn sich die Preise für Energie ändern? Und dazu gibt es dann Schätzungen, je nachdem der Preis geht um so und so viel Prozent nach oben. Um wie viel Prozent ändert sich denn dann die Nachfrage nach Energieträgern? Und letztendlich haben wir diese Zahlen genommen und dann immer noch, sagen wir mal, einen Sicherheitsabschlag gemacht. Also wir haben gesagt, das, was wir in der Vergangenheit beobachtet haben oder was von Kollegen eben geschätzt wurde, wie stark diese Reaktionen sind, da sind wir mal noch ein bisschen vorsichtiger und sagen, die Reaktion ist nochmal ein bisschen schwächer. Wenn ich diese Zahlen annehme und mich dann frage, okay, jetzt gibt es auf einmal keine Energie mehr, wie stark führt das denn zum Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität? Und auch hier kann man jetzt wieder verschiedene Varianten sozusagen durchspielen. Die eine Variante, die zu den kleinsten Kosten führt, beinhaltet letztendlich das, was ich gerade eben beschrieben hatte mit, ich kaufe einfach Glasprodukte aus anderen Ländern ein. Das heißt, da sind wir noch relativ flexibel, wenn es Handel gibt, wenn es Weltmärkte gibt, wo ich Vorprodukte einkaufen kann, wo ich den Dünger nicht mehr selber produzieren muss sondern ihn vielleicht aus einem anderen Teil der Welt einfach importieren kann. Das führt dann dazu, dass ich relativ kleine Kosten habe, weil ich einfach sehe, durch Handel und Vernetzung relativ gut den Ausfall von Energie ausgleichen kann. Das andere Extrem ist eins, wo ich mir nur anschaue, okay, ich schaue mir nur Gas an, das heißt, ich habe einen relativ großen Schock und schaue mir dann auch nicht noch an, dass ich Dinge ersetzen kann durch Handel, sondern eine sehr, sehr enge Reduktion. Nur der eine Produktionsfaktor Gas fällt zu 30 Prozent aus. Was wären die Kosten davon? Und dann kann ich noch alle möglichen Sicherheitsaufschläge sozusagen nochmal drauf machen. Es gibt einen Einbruch der Konjunktur, wir kommen in eine Rezession. In der Rezession müsste dann typischerweise die Zentralbank die Zinsen senken, die Regierung müsste vielleicht Fiskalpolitik betreiben. Jetzt wird das unter Umständen nicht optimal im Sinne der Theorie gemacht und dadurch werden die Kosten nochmal ein bisschen größer und dann komme ich eben auch zu den größten Schätzungen und das erklärt dann so ein bisschen die Wandbreite. Relativ optimistische, relativ, sagen wir mal, pessimistische Szenarien. Aber was all diese Zahlen gemeinsam haben, war, es kommt nicht zu Massenarmut, es kommt nicht zu Massenarbeitslosigkeit, sondern wir sind letztendlich in einer Größenordnung, die ähnlich typischerweise sogar kleiner ist, als das, was wir gerade in der Corona-Krise erlebt haben. Können Sie da vielleicht noch einmal eingehen, was ist da passiert in der Corona-Krise? Also auch da ist es der Wirtschaft ja nicht unbedingt blendend gegangen. Es gibt jetzt 100 Gründe, warum man vielleicht die Corona-Krise und die aktuelle Situation nicht vergleichen sollte oder sagen wir mal, wo es vielleicht problematisch ist, man kann es aber trotzdem vergleichen. Wenn wir uns die Corona-Krise anschauen, eine Sache, die dort, sagen wir mal, sehr massiv war, war der Anteil der Beschäftigten, die betroffen waren. Weil wir eben das ganze Gaststättengewerbe, Clubs, Diskotheken, Kultur, da arbeiten sehr viele Leute oft, sagen wir mal, zu relativ niedrigen Gehältern und auch die Wertschöpfung in diesen Bereichen ist nicht besonders hoch, aber es waren halt sehr, sehr viele Leute betroffen. Das ist diesmal anders. Wir sind jetzt in einer Situation, wo zwar immer noch, sagen wir mal, sehr viele Leute betroffen sind, aber in Bereichen mit sehr, sehr hoher Wertschätzung. Das heißt, jetzt kann man all die Zahlen zusammenzählen und das mal vergleichen, wie viele Millionen Beschäftigte, wie viel Wertschöpfung und so weiter. Und dann kommt man auf Zahlen, einer sagt, die sind total unterschiedlich, der andere sagt, die sind relativ nah zusammen, aber ich würde sagen, die sind auf eine gewisse Art und Weise vergleichbare Größenordnung. Und da haben wir ja gesehen, dass durch, sagen wir mal, sehr entschiedenes fiskalisches Handeln, der damalige Finanzminister, heutige Kanzler hat dann ja die Bazooka rausgeholt und entsprechend Fiskalpolitik betrieben. Wir haben in großem Umfang mit Kurzarbeitergeld die Betriebe unterstützt. All das wäre jetzt auch wieder möglich. Und ich muss noch mal auf den Punkt von vorhin zurückkommen, über welche Perioden von Ausfällen oder Problemen reden wir denn? Also typischerweise ist der Gasverbrauch ja sehr saisonal. Wir brauchen Gas im Winter und eben weniger im Sommer. Und der Sachverständigenrat, die haben jetzt auch verschiedene Simulationen mal gemacht und diese kamen typischerweise darauf, dass vielleicht im Frühjahr 2023 es zu wochenlang, also jetzt nicht irgendwie monatelang, sondern vier bis sechs bis acht Wochen Ausfällen kommen könnte. Auch nicht immer, aber zumindest in manchen der Szenarien. Und dann müssten wir also letztendlich darüber reden, dass die Arbeiter in der Chemieindustrie unter Umständen vier Wochen, acht Wochen in Kurzarbeit müssten, oder vielleicht auch zwölf Wochen, aber insoweit, sagen wir mal, alles auf eine gewisse Art und Weise verkraftbar gegeben, was für ein großer Schock das wäre, wenn man sagt, wir wollen uns komplett von Energieimporten aus Russland freimachen. Um das nochmal zu betonen, das wären nicht nur Öl, über das wir jetzt reden, sondern Öl, Gas und Kohle, die ja schon beschlossen ist. Um nochmal auf die Betroffenen einzugehen, wie kann denn eine kreative Fiskalpolitik, Steuerpolitik aussehen, um die Menschen zu entlasten? Weil es gibt ja jetzt beispielsweise schon Tankrabatte, wobei Sie sagen, dass das vielleicht sogar ein falscher Anreiz sein könnte. Genau, also das ist das, was ich vorhin auch gemeint hatte, mit den, wenn wir darüber nachdenken, dass wir einen gewissen sozialen Ausgleich schaffen wollen, weil vielleicht manche Haushalte nicht die Möglichkeit haben, so leicht Energie einzusparen, dass wir diesen Ausgleich immer über zum Beispiel Pauschalzahlungen machen oder man könnte über Dinge nachdenken, wie ich schaue mir die letzte Energieabrechnung an und frage einfach, hast du relativ zur letzten Energieabrechnung Energie eingespart und dann könnte ich dafür die Haushalte kompensieren oder ich könnte Ihnen sagen, ich bezahle dir wieder genauso viel Energie, wie du in der letzten Rechnung hattest und wenn das jetzt teurer geworden ist, dann zahle ich den Differenzbetrag. Da muss man schauen, was sagen wir mal administrativ einigermaßen einfach umsetzbar ist. Da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten und auch schon existierende Vorschläge, wie sowas gemacht werden könnte. Das Entscheidende dabei ist immer wieder, was nicht passieren soll, ist, dass sich die Preise ändern. Also auch, um wieder auf meinen Anfangsstatement zurückzukommen, in der Marktwirtschaft ist es wichtig, dass Preise uns die Knappheit von Gütern signalisieren. Und deshalb sollten wir auch hier immer darauf achten, dass wenn wir bei einem Tankrabatt eine Subvention oder sagen wir mal, probieren, Benzin billiger zu machen, dann hat das natürlich zur Folge, dass wir alle denken, oh, Benzin ist ja gar nicht so teuer, machen wir uns ordentlich den Tank voll und verbrauchen weiterhin so viel Benzin wie früher auch. Genau das sollte eben nicht passieren, was aber nicht heißt, dass man die Leute nicht gleichzeitig dafür kompensieren kann und dann im Idealfall sagen sie, okay, ich habe zwar das Geld bekommen, aber ich verbrauche jetzt vielleicht weniger Benzin und fahre trotzdem lieber mit dem Bus. Das ist die eine Seite, was die Haushalte angeht. Auf der anderen Seite müsste die Fiskalpolitik natürlich über Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld wieder nachdenken, aber ich denke, das ist verstanden. Das würde in so einem Fall auch passieren, dass eben Bereiche wie typisch, also wir haben jetzt immer wie chemische Industrie gesprochen, weil die vermutlich am meisten betroffen wäre, dass die eben entsprechend Mitarbeiter in den Kurzarbeiter schicken. Wenn wir jetzt beispielsweise andere Energieträger oder Energieträger allgemein aus Ländern wie Norwegen oder Katar oder wo auch immer herbekommen, könnte da nicht auch der Anreiz sein, ich meine, unsere Nachbarländer werden jetzt ja ganz ähnlich gehen, könnte da nicht auch der Anreiz sein, einfach die Energie teurer zu machen, um dort, also was passiert dann, sind da diese ganzen Berechnungen. Also es gibt ja so viele Faktoren, die wir nicht alleine in der Hand haben. Wie können wir uns davor absichern? Ich denke, zum gewissen Grad können wir uns davor nicht absichern. Ich habe vor kurzem mal dieses Bild oder diesen Vergleich gemacht. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass wir in Urlaub gefahren sind, uns einen Mietwagen geholt haben, aber einen eben, wo wir keine Versicherung haben, sondern im Unfallsfall den Schaden voll selbst begleiten. Das war super billig, weil wir mussten keine Versicherung zahlen, als wir den Vertrag abgeschlossen haben. Und wir sind dann in der Gegend rumgefahren, es hat die Sonne geschienen, alles war toll und auf einmal, bumm, ist ein Schramme drin. Und dann auf einmal haben wir doof geguckt, weil wir gesagt haben, oh, das Auto war ja gar nicht so billig. Jetzt auf einmal ist es ja sehr, sehr teuer geworden. Also dieses Auto war eigentlich von Anfang an viel teurer, als wir gedacht haben, weil wir eben das Risiko nicht mit berücksichtigt haben, dass es unter Umständen sehr teuer werden kann. Und ich habe den Eindruck, jetzt sind wir in so einer Situation, jetzt sind wir an die Wand gefahren und irgendwie jeder guckt den anderen an und sagt, wer soll denn jetzt dafür bezahlen und keiner hat Lust, das zu bezahlen. Und insoweit war vielleicht die Energie schon die ganze Zeit teurer und wir haben einfach diese geopolitischen Risiken nicht richtig mit eingepreist und haben uns da eben in eine gewisse Abhängigkeit begeben, die zu dem Zeitpunkt billig war und irgendwie gut aussah, aber in der Konsequenz jetzt eben in eine Situation geführt hat, die es für uns sehr, 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 sehr teuer macht. Ich mag das Bild sehr, es ist sehr, sehr anschaulich. Wie lange haben wir denn dann den Schaden? Also können Sie absehen, wie lange wir mit diesen Problemen rechnen müssen? Glauben Sie, das ist auf absehbare Zeit, Sie sprechen jetzt halt immer vom Frühjahr 2023, heißt es dann, dass es im Sommer 2023 dann vielleicht auch schon wieder alles vorbei ist und hoffen Sie, dass bis dahin sich alles wieder geregelt hat? Sicherlich werden wir jetzt keinen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern bis in den Sommer 2023 schaffen. Ich denke, all diese Anpassungen, die wir jetzt vornehmen, müssen, sollten, werden, da ist die Frage, wie schnell machen wir das? Mit wie viel Energie gehen wir da ran? Wie schnell schaffen wir es, uns auch von fossilen Energieträgern freizumachen? Das ist sicherlich ein Projekt für das nächste Jahrzehnt. Das ist nicht was, was wir jetzt in den nächsten zehn Monaten schaffen. Sicherlich, weil was unter Umständen durchaus möglich ist, ist den Ersatz bei den anderen, also bei den Lieferanten sozusagen herzubekommen, eben nicht mehr von russischem Gas abhängig zu sein. Das eine, ich denke bei Öl, und das hatten wir jetzt in den letzten Tagen ja auch immer wieder in den Nachrichten gehört, da hat der Bundeswirtschaftsminister ja immer schön die Rechnung vorgeführt. Wir sind von 35 gestartet, sind jetzt noch bei 12, wir haben jetzt noch die eine Raffinerie in Ostdeutschland mit ein bisschen einer problematischen Eigentümerstruktur. Aber da sind wir schon relativ weit gekommen und mein Verständnis ist, dass das letzte bisschen Problem auch in naher Zukunft entsprechend abgeräumt ist. Die andere Frage ist jetzt, wie schnell geht das? Und da spielt auch wieder, denke ich, die Politik eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, wie schnell schaffen wir es, diese Flüssiggas, diese LNG-Terminals aufzubauen? Die würden eine gewisse Flexibilität geben und dann eigentlich auch die Möglichkeit bieten, vom russischen Gas loszukommen. Dann kann man wieder darüber diskutieren. Dann ist es besser, wenn wir das Gas aus Katar kaufen. Dann gibt es vielleicht auch wieder irgendwie Probleme, die damit einhergehen. Aber ich hoffe, dass insgesamt ein gewisses Verständnis dafür da ist, dass eine Diversifizierung gut ist, dass wir uns da eben Gedanken darüber machen müssen, von wem machen wir uns abhängig. Also auch ein gewisses, sagen wir mal, strategischeres Rangehen an internationales Handeln. Ich bin jetzt kein Experte für internationale Politik, aber ich hatte zumindest aus volkswirtschaftlicher Sicht den Eindruck, dass die letzten drei Jahre seit Beginn der Corona-Krise uns schon relativ klar vor Augen geführt haben, dass wir das vielleicht als wichtiges neues Kapitel jetzt denken müssen. Diese Vernetzung schafft Abhängigkeiten, aber es schafft vor allem eben auch Anfälligkeiten, wenn mal ein Tanker im Suezkanal quer steht, wenn jetzt wie in China vielleicht ganze Städte unter Quarantäne stehen, nichts mehr geliefert werden kann, wenn aus Russland keine Energie mehr kommt, dass wir solche Sachen eben sehr viel strategischer mitdenken, genauso wie wir bei Banken Stresstests machen und uns fragen, was passiert denn, wenn bestimmte Vermögenspreise abfallen mit den Bankenbilanzen? Da könnten wir uns auch in anderen Bereichen die Frage stellen, was passiert denn, wenn Energieträger, wenn Energielieferungen ausfallen? Was passiert denn, wenn andere Zwischenprodukte ausfallen, die wir aus bestimmten Teilen der Welt beziehen? Also diese Sachen vielleicht in Zukunft ein bisschen aktiver mitzudenken, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre. Damit haben Sie jetzt schon einen sehr, sehr klaren Wunsch geäußert. Wer sich jetzt noch mehr informieren möchte, haben Sie vielleicht einen Anlesetipp oder wie kann ich mich informieren, wo kann ich mich vor allem auch fundiert informieren? Haben Sie da vielleicht einen Hinweis für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ich empfehle natürlich immer ein Studium mit VWL an der Uni Bonn. Das bringt einen immer schon sehr weiter. Ich denke, was typischerweise auch darauf ausgelegt ist, ein breiteres Publikum zu informieren, sind die Arbeiten des Sachverständigenrates. Also die haben sich ja jetzt auch angeschaut, was die Konsequenzen von einem Energieembargo sind und auch eine sehr schöne und sehr informative Übersicht gemacht über verschiedene Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, was denn die Konsequenzen sind. Und die bilden dort eben auch das ganze Spektrum ab. Das Spektrum ist gar nicht so breit im Sinne von, was die wirtschaftlichen Konsequenzen sind, aber schaffen da eben eine gute Übersicht und denke ich, sind auch immer darauf bedacht, ganz ohne Fachvokabular geht es dann doch nicht, aber zumindest ist es gut zugänglich, auch für ein breiteres Publikum und eben auch für einen Politikbetrieb zum Beispiel aufzuarbeiten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Prof. Dr. Moritz Kuhn vom Institut für Makroökonomik und Ökonometrie sowie dem Exzellenzcluster eContribute. Wo kann unser Publikum mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren? Entweder auf meiner Homepage oder natürlich auch auf der Seite unseres Exzellenzclusters und ansonsten auch über die Seite des Fachbereichs der Uni Bonn. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder mehr über die Forschung an der Uni Bonn erfahren wollen, dann klicken Sie sich einfach auf uni-bonn.de und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Bis zur nächsten Hypothese. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.